Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zu Pokémon Let's Go Evoli bzw. Let's Go Pikachu. In dem heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr an den DV bzw. IV Richter rankommt. Das ist dieser Richter, den ihr seht, wenn ihr auf euer Pokémon Team geht und dann auf Bericht geht. Und dann nochmal den Pokémon Richter öffnet, damit ihr oben rechts diese Anzeige habt, wo drin steht, wie gut das Potenzial eures Pokémon ist. Ich glaube bei Evoli und Pikachu ist das sowieso von Anfang an immer alles sensationell. Also die Pokémon sind richtig krass, die sollte man auch im Team behalten. Aber damit ihr dann halt zum Beispiel auch wisst, wie gut eure anderen Pokémon sind, bei welchen Pokémon es sich lohnt es zu trainieren. Oder wenn ihr zwei gleiche Pokémon habt, damit ihr die vergleichen könnt und wisst, welches ihr dann zu Professor I schicken könnt. Und auch zum Züchten von Pokémon ist das sehr interessant. Und ja, damit ihr diesen Richter bekommt, müsst ihr einfach aus Orania City, hier bei dieser Frau, bekommt ihr übrigens bei Pokémon Let's Go Evoli ein Arcani. Oder bei Let's Go Pikachu ein Snobili-Cat, falls ihr das noch nicht wusstet. Auf jeden Fall müsst ihr von Orania City noch rechts an dem Diktatunnel vorbei. An den ganzen Tränen hier vorbei, wenn ihr noch nicht gegen die gekämpft habt. Und hoffentlich nicht gegen irgendwelche Pokémon hier gegenlaufen. Und dann habt ihr am Ende einfach dieses kleine Haus, da geht ihr rein. Und im oberen Stockwerk seht ihr dann einen Assistenten von Professor Eich. Der Dude hier, der mit der Brille. Und wenn ihr ihn ansprecht und ihm sagt, yo, ich hab über 30 verschiedene Pokémon gefangen, das ist nämlich wichtig, Leute, ihr müsst über 30 verschiedene Pokémon gefangen haben. Dann gibt er euch den DV- bzw. IV-Richter und dann habt ihr diese tolle Funktion. Ist das nicht super toll? Diese Richtertexte werden übrigens in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt. Da gibt es einmal Sensationell, das ist wirklich das Allerbeste. Eine darunter ist dann Fantastisch, das ist auch schon sehr, sehr gut, aber halt nicht so gut wie Sensationell. Darunter ist dann Sehr gut, dann noch Gut, dann Nichtübel und dann Schlecht. Wenn dein Pokémon irgendwo schlecht drin hat, dann würde ich es sofort wegschicken, weil dann hat es wirklich gar keinen DV-Wert in dieser einen Kategorie. Und dann hat es wirklich gar kein Potenzial in diesem Bereich. Ja, dann würde ich sagen, was das haben wir mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Ich habe jetzt vor, in nächster Zeit ein paar mehr Pokémon-Tutorials zu machen, weil ich das gerade zu Weihnachten bekommen habe. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Spiel. Und ja, wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann lasst doch auch ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.